Sie transportieren Baustoffe und wollen Ihre Kapazitäten optimal nutzen? AIS unterstützt Sie mit individuellen Telematiklösungen, Zeit und Geld zu sparen. Wie das geht? Zunächst legt Ihr Disponent ein Gebiet für eine Tour fest. Dann erstellt das AIS-System per Geofencing einen Vorschlag für eine optimale Route und disponiert die Aufträge auf Wunsch automatisch darauf. Natürlich kann die vorgeschlagene Route jederzeit manuell geändert werden. Sämtliche Auftragsdaten zu einer Tour werden nun direkt an die Kommissionierung übermittelt. Sind Artikel nicht verladebereit, wird dies automatisch von der Kommissionierung an den Disponenten gemeldet. So können Sie viel genauer disponieren und lasten Ihre Touren optimal aus. Mit AIS senden Sie Auftragsdaten an Ihre Fahrzeuge und können den Auftragsfortschritt in Echtzeit verfolgen. Zum Beispiel die erwartete Ankunftszeit oder Statusinformationen. Ihr Kunde ist nicht vor Ort, um die Lieferpapiere zu unterschreiben. Mit dem Fotomodul kann Ihr Fahrer festhalten, wo er welche Lieferung entladen hat. Sie können außerdem zusätzliche Leistungen dokumentieren. Ihr Fahrer kann Barcode scannen und Unterschriften erfassen. Neben der Papierdokumentation können Sie Ihrem Kunden digitale Dokumente in Echtzeit liefern. AIS versorgt Sie außerdem mit Informationen über den Fahrstil Ihrer Fahrer. Dadurch können Sie diesen verbessern und Kosten einsparen. Die Anwendung lässt sich problemlos in Ihr TMS- oder ERP-System integrieren. Der digitale Datenaustausch erlaubt Ihnen, Ihre Kunden immer auf dem Laufenden zu halten. Für einen optimalen Kundenservice. Sie möchten mehr erfahren? Unser Vertriebsteam ist gerne für Sie da. Das ist gerne für Sie da.